Fest steht der Ab im Allgemeinen, der E-Ab natürlich im Besonderen, denn beim E-Ab... So, jetzt geht's los. Ich bin schon ganz nervös. Und los geht's. Leichtes Reifenquetschen, leichte Traktionsprobleme, aber das ist ja ganz witzig. Und er ist wirklich, das Auto hinter mir, das steht noch. Ich bin jetzt mit dem E-Ab hier echt richtig, richtig flott gewesen. Und es ist schon witzig. Man denkt so, okay, 61 kW, 83 PS, 212 Newtonmeter, haut natürlich richtig rein. Aber diese 83 PS, denkt man sich, für so ein E-Ab, 1,2 Tonnen wiegt der ungefähr. Ja, das ist schon normal, aber ja. Aber wenn man hier auch in der Stadt unterwegs ist, jetzt hier in der Vorstadt zum Beispiel, im urbanen Raum, dann kann man hier auch in den Kreisverkehr ein bisschen Gas geben, ein bisschen fliegen lassen. Und er hat eine echt gute Bodenhaftung. Das ist erstaunlich. Und man kann, ich fühle mich so ein bisschen, wie auf so einer Kartbahn. Und alle anderen Autos fahren normal und mit dem Auto, ja, da schlängelt man sich so durch den spanischen Verkehr, der jetzt noch zugegebenermaßen nicht so wahnsinnig stark ist, so hoch frequentiert. Aber man hat einfach seinen Spaß hier mit dem Ding und kann da ganz schön Gas geben. Das ist echt lustig. Schon so ein bisschen wie so ein kleiner Rundkuss hier. Und das kann er echt ganz gut. Und diese Sache mit Sportlichkeit, dass die Batterie einen tiefen Schwerpunkt hat und das Fahrzeug so satt auf der Straße liegt, das hat schon seine Berechtigung, diese Formulierung. Denn das kleine Ding, das macht schon Spaß. Ist quirlig, geht zackig hier um die Ecke. Ein bisschen Power fehlt, wenn man aus der Kurve rausbeschleunigen will, so wie hier jetzt. Schneller. Aber es geht schon ganz gut. Das sind 11,9 Sekunden von 0 auf 100 und jetzt sind wir auch schon auf 100. Berghoch hier. Das passt schon ganz gut. Und mit der Rekuperation, die kann man hier auf B stellen. Das kennen wir von den GTE-Modellen, Passat GTE und so weiter. Dann kann man hier rekuperieren auf Stufe 4 in B. Ansonsten geht man aus B raus, dann ist man hier ganz normal im Fahrmodus D. Und dann kann man mit rechts und links, also genau andersrum, links-rechts-Schwäche, kann man die Stufen verstellen. Das heißt, man kann Stufe 2 einstellen, Stufe 3 und noch dann einmal ziehen. Dann sind wir auf Stufe 4 und dann kann ich vom Gaspedal gehen und dann rekuperiert er maximal. Das ist ganz gut. Dann kann man dieses sogenannte One-Pedal-Driving eben anwenden hier. Und mit dem Gasfuß dann auch noch bremsen, wenn man dann da runter geht. Jetzt zum Beispiel bei dieser roten Ampel hier kann ich präzise hier einfach vom Gas gehen und er hält genau da, wo ich es will. Muss dann nur zum Stehen dann von den 3 kmh, die er dann rollt, noch auf die Bremse gehen. Ganz heiliger Boden, auf dem ich hier stehe, nämlich in Valencia am Hafen. Und der E-Up hier neben mir auf der alten Formel-1-Rennstrecke in einer der spannendsten Schikanen hier, bevor es dann auf die langgezogene Links geht. Richtig, richtig cool. Ja, wir haben es ja gerade schon gesehen. Der rein elektrische E-Up hier, der kann ganz schön was. 11,9 Sekunden von 0 auf 100. Aber das Maßgebliche ist tatsächlich die Zeit in der Stadt, die man braucht von 0 auf 50, von 0 auf 60. Und das ist mit den 212 Newtonmetern hier richtig spaßig. Wir haben ihn hier in der Style-Ausführung mit Style-Paket, der kostet 23.000 Euro. Die Basisversion kostet 21.975 Euro. Wir haben hier die optional, können wir machen, mit weiß abgesetzt. Aber ganz ehrlich, das hier gleich zu Anfang sieht echt nicht gut aus. Mit den weißen Außenspiegeln, okay, das passt noch. Aber man wollte hier so ein bisschen einen auf Mini machen, so ein bisschen einen auf Fiat machen, so ein bisschen individualisieren. Aber das passt alles nicht. Man sieht auch, dass am roten, das ist ja hier Costa Azul Metallic, am roten sieht man tatsächlich, dass es da oben aussieht, als hätte man vergessen, die Lackschutzfolie abzuziehen. Und das sieht echt nicht cool aus. Am blauen ist es gerade noch so irgendwie möglich. Aber bitte, wenn Sie Ihren E-Up bestellen, dann bitte nicht so. Denn ihn gibt es mit schwarzem Dach. Das sieht richtig gut aus. Das passt auch zu der Privacy-Verglasung. Hier hinten sehen wir gleich noch. Das gibt ein bündiges Erscheinungsbild. Aber so, das bitte nicht. Nicht, ja, ganz zu aller Anfang. Wir haben hier den E-Up. Und dazu ein herzliches Willkommen hier bei Automativ.de. Mein Name ist Benjamin. Den E-Up, den erkennen wir ganz gleich und ganz sofort an diesem blauen Band hier. Das sieht selbst mit dieser blauen Außenlackierung ganz ordentlich aus. In rot sieht es auch ganz gut aus. Aber natürlich in weiß kommt dieses Blau der typischen Elektrifizierungsmodelle von Volkswagen natürlich noch am besten zur Geltung. Ein neues Volkswagen-Logo hier in der Mitte. Das sieht echt gut aus. Das ist dieses 2D. Hat eine Menge Geld gekostet. Sieht hier auf diesem Fahrzeug ganz gut aus in 2D. Aber das alte Logo, naja, das war dann doch ein bisschen noch besser. Ja, wir haben dann unten, da sieht man diese typische C-Signatur. Das sieht man gleich, dass es der E-Up ist. Das ist ein elektrifiziertes Modell zumindest. Der normale Up, der hat ja diese C-Signatur hier nicht in Vollendee, sondern der hat dann ganz normale Nebelleuchten oder auch gar nichts, wenn man ihn in der Basis bestellt. Ja, ansonsten ist hier alles gleich wie beim normalen Up auch. Wir haben hier Wabenmuster. Das heißt nicht, dass wir ein GTI haben. Leider nicht. Aber trotzdem verzichtet Volkswagen nicht auf diese leicht sportlichen Noten. Auch dieses Wabenmuster, auch wenn es ein bisschen größer ist, in etwas anderer Optik als beim GTI. Aber immerhin haben wir Wabenmuster und diese blaue Zierleiste. Genau. Und wir haben leider inkonsequenterweise, inkonsequenterweise keine LED-Scheinwerfer hier vorne, sondern die ganz normalen H7-Bürnen. Das ist selbst das Blinklicht hier mit einer ganz normalen Glühlampe. Das finde ich jetzt nicht so modern, nicht so zukunftsorientiert. Aber wir sind hier in einem sehr preissensiblen Segment. Wir haben hier die Herz-Wettbewerber, das Renault Zoe zum Beispiel, das Honda e, der jetzt kommt. Und auch der ganzen Kia-Modelle, Kia eSoul und so, die wir hier mit dem Fahrzeug ein bisschen angreifen wollen. Und wir haben natürlich auch noch baugleiche Konzernbrüder. Seat hat den Mi und den Citygo eV hat natürlich Skoda, die relativ zeitgleich auf den Markt kommen werden. Das Auto kommt im nächsten Jahr 2020 im Februar auf den Markt. Vorbestellen kann man ihn jetzt schon bald. Also wer es gar nicht erwarten kann, der kann da schon mal das Internetformular öffnen. Thema Reichweite, das ist ja nicht ganz unwesentlich beim Elektrofahrzeug. Wir haben hier im Vergleich zum vorigen Fahrzeug, also zum Vor-Facelift oder Vormodellpflege, wie auch immer man es nennen mag, Fahrzeug, die gleichen Außenmaße, die gleichen Abmessungen des Bauraums für die Batterie, auch die gleichen Kofferraummaße, all das ist gleich geblieben. Volkswagen hat es nur geschafft, die Batterie, die unten hier im Fahrzeugboden liegt, zu verdichten. Und so hat man dann es hinbekommen von 18,7 Kilowattstunden, ja hier unten liegt sie, 18,7 Kilowattstunden pro Batterie auf 36,8 Kilowattstunden, die Kapazität zu erhöhen. Wir sprechen hier aber tatsächlich dann von Bruttowerten, der Nettowert dieser Batterie, also die tatsächlich nutzbare Kapazität, das ist wie wenn Sie sich einen Speicher holen oder einen neuen Laptop, der hat dann auch 500 Gigabyte, aber davon sind wirklich tatsächlich nutzbar nur 480 Gigabyte oder 470 Gigabyte, denn der Speicher braucht ein bisschen Kapazität auch zum Arbeiten und so ist es bei einer Batterie ganz genauso. Wir haben hier 32,3 oder 32,6 Kilowattstunden tatsächlich nutzbare Kapazität und das reicht dann tatsächlich für eine Reichweite. So gibt es die Volkswagen zumindest an von 180 bis 260 Kilometer, das ist je nach Fahrweise, je nach Wetter. Wir sind hier in Spanien, eigentlich soll es hier normal warm sein, auch im Winter, aber es ist wie man sieht auch kühl, deswegen hält auch die Batterie hier nicht ganz so wahnsinnig viel. 260 Kilometer halte ich sowieso für nicht ganz realistisch, auch wenn Volkswagen sagt, das ist die praxisnahe Reichweite, aber ich schätze so um die 200 Kilometer, wenn man flott fährt, wenn man ganz normal fährt, auch mal überlandende Strecke hat, nicht nur statt, kann man mit dem Ding auf jeden Fall, auf jeden Fall 200 Kilometer weit kommen. Und das ist schon echt gut für so ein kleines Teil, das ist schon echt in Ordnung. Ja, der E-Up, der kommt immer als Fünftürer, wir haben ihn nicht mehr als Zweitürer, den Up ja auch nicht mehr, das heißt, wir haben hier immer die vier Türen drin, man kann sich hier hinten auch hinsetzen, werde ich auch gleich machen, das werden wir alles gleich sehen, wie man sich da hinten noch fühlt. Ansonsten haben wir hier 3,60 Meter Länge und diese Räder sind immer serienmäßig beim E-Up, aber es gibt noch ein bisschen coolere Felgendesigns, die kann man dann optional mal im Konfigurator anklicken, dann sieht man, hier geht es auch noch ein bisschen ab, noch ein bisschen sportlicher, aber das sind die standardmäßigen Felgen, die man dann hier tatsächlich 15 Zoll übrigens mit dem E-Up bekommt. Ja, die Heckpartie, das sieht man hier, die ist auch ganz normal ab, ganz gewohnt, auch für das neue VW-Logo hier, Milliardenbetrag ausgegeben, dann E-Up-Zeichen hier, schön gemacht. Ich finde es nach wie vor cooles Design, weil die Glasscheibe hier, die Heckscheibe hier komplett bis nach unten geht und dann passt es auch, integriert sich da schön in das Heckdesign. Wir haben hier ein bisschen angepasstes Heckdesign, natürlich fallen die Endrohre weg, aber so wahnsinnig viel Unterschied zum normalen Ab gibt es hier nicht. Hier die Heckklappe, man kann, wenn man das alles umlegt und so, ist das ja auch ein relativ praktisches Auto. Man kann bis zu 900 Liter dann hier laden, wenn man alles umklappt, wie gesagt. Hier vorne passt dann halt noch ein ganz normaler Koffer rein, das geht gerade so, man kriegt vielleicht noch eine kleine Tasche hier, aber dann ist es auch schon voll. Aber dieser Kofferraum, dieses Kofferraumvolumen, das ist ganz normal, wie auch beim Ab, auch mit diesen 241 Litern. Jetzt schauen wir uns mal unter der kleinen goldigen Motorhaube hier um mit dem Mini-Blechteil hier vorne in der Front. Wir haben natürlich auch noch eine ganz normale Batterie hier, die ist für die Systemspannung, für die ganzen Systemverbraucher zuständig, denn die haben ja nach wie vor die 12-Volt-Technik. Das alles umzustellen, auch die Fensterheber umzustellen, das Ganze, das macht natürlich nicht so wahnsinnig viel Sinn und ist wahrscheinlich richtig, richtig, nicht wahrscheinlich, sondern richtig, richtig, richtig teuer. Dann haben wir noch ganz normale Elektroverbraucher, hier Umwandler, Ladegeräte, Ladeboxen und die E-Maschine, die sitzt dann auch noch hier irgendwo, denn wir haben hier ganz klassischen Frontantrieb, die sitzt dann da darunter. Ansonsten ist hier viel Platz und es gibt ganz schön viel orangene Kabel. Das ist mal eine ganz andere Ansicht hier, als die man sonst so kennt, aber nicht minder spannend. Wer dann tatsächlich hier hinten auch mal sitzen muss, der tut mir echt leid. Nein, natürlich nicht, da tut mir nicht leid, weil hier hat man echt eine gute Übersicht nach vorne. Man hat freien Blick, dadurch, dass die Sitze hier so schmal sind, so schlank sind und so schlanke Kopfschützenintegrierte haben, hat man hier vorne echt einen guten Blick. Man hat zu den Seitenscheiben echt einen guten Blick nach draußen. Das passt also alles. Man kann sie bloß nicht komplett runterlassen, das ist abtypisch. Man kann sie hinten nur aufmachen, so ein bisschen wie beim alten Käfer, damit man ein bisschen Luft bekommt. Ansonsten sitzt man nicht ganz gemütlich, aber man sitzt ganz ordentlich. Man hat ordentlich viel Kniefreiheit für so ein kleines Ding, für so einen kleinen Ab. Und wenn der Vorderband noch ein bisschen zurückgeht, also nicht mehr die B-Säule hier als, wie ich es immer mache, als Maßstab nehmen, sondern ein bisschen zurückgeht, hat man hier auch noch eine Ausbeulung, sodass die Knie auch bei langen Beinen hier, so wie ich sie hier ja habe, noch ein bisschen besser und noch ein bisschen weicher untergebracht sind. Was ich hier gerade sehe, am vorderen Grund an der B-Säule, wir haben keine Höhenverstellung. Das hat Volkswagen wohl eingespart, aber Volkswagen sagt auch gleichzeitig, das bringt der Sicherheit nicht weniger oder mehr Verluste, nicht mehr Verluste, sondern das ist genau auf der optimalen Höhe eingestellt. Wie das wirklich ist, also für mich passt es tatsächlich, ob das für alle, dieser typische 95% Mensch, für den wird es passen, 5% werden dann wahrscheinlich hier ein bisschen unangenehme Sachen spüren, dass der Gurt ein bisschen am Hals hängt. Auch ganz genauso wie die Lenkradverstellung, das sehen wir auch gleich, die ist nicht in der X-Achse, auf der X-Achse verstellbar. Ich setze mich jetzt absichtlich mal mit Jacke kurz rein, weil es echt kalt ist. Wir haben hier E-Up, gerade schon gesagt, ganz normal. Wir haben die Anzeigeinstrumente, die sind natürlich ein bisschen umgebaut auf Elektromobilität. Wir haben hier die Tankanzeige, die ist einfach der Batteriefüllstand, der ist jetzt auf Dreiviertel, wir haben noch eine Restreichweite von 193 Kilometern. Das war vorhin 236 Kilometer und ich bin richtig flott gefahren, deswegen hat die Reichweite noch mehr abgenommen, als ich tatsächlich gefahren bin. Aber das ist auch gar nicht verwunderlich. Ansonsten haben wir den DSG-Wählhebel, den kann man dann dazu verwenden, hier den Elektroantriebsstrang zu zähmen und die verschiedenen Schalter, habe ich schon erklärt. Hier rechts neben Eco und Eco Plus haben wir noch ein Zeichen, das beinhaltet einen Stromstecker und damit kann man dann zeitversetztes Laden einstellen. Das heißt, wir können hier, wenn wir das Auto anstöpseln, sagen, okay, ich will aber erst in einer Stunde laden oder ich will erst, dass das Auto in zwei Stunden lädt. Das macht Sinn, wenn man zu Hause Verträge hat mit Stromanbietern, Nachtstrom und so weiter, dann kann man das hier immer permanent einstellen und das wird dann hier oben im iPhone auch angezeigt. Man kann auch mit dem iPhone oder mit dem anderen Gerät, es gibt ja noch andere Geräte natürlich, kann man hier mit der sogenannten Maps & More App und zusammen mit den Wii-Services kann man hier dann die verschiedenen Sachen einstellen. Man navigiert auch über das iPhone, das heißt, wir haben hier kein eigenes Screen hier, kein eigenes Multimedialsystem, sondern alles geht über ein Smartphone, das man hier oben integriert und das all diese Sachen übernimmt. Und das ist mit einer eigenen App auch zu gestalten und passt eigentlich auch ganz gut in das gesamte Konzept, weil ein eigenes Multimedialsystem, erstens kann man es hier nicht richtig integrieren, wurde daran nicht gedacht früher und zweitens ist es auch teuer für Volkswagen. Deswegen hat sich Volkswagen entschieden, okay, jeder macht es mit seinem eigenen iPhone und dafür gibt es eine ganz gute App, die man ganz ordentlich bedienen kann. Natürlich muss man sich da auch ein bisschen mit zurechtfinden. Was wir hier noch optional haben, ist eine Rückfahrkamera, die ist dann in diesem kleinen System, in diesem kleinen Display dann zu sehen. Die kennen wir auch schon vom ganz normalen ab, die gibt es hier natürlich auch. Ja, ansonsten sitzt man hier ganz gut. Die große Scheibe hier vorne, die ist auch abtypisch, das lange Armaturenbrett nach hinten, fühlt man sich relativ sportlich. Nicht nur, was ich gerade schon sagte, das Lenkrad ist nicht auf der X-Achse verstellbar, sondern nur höhenverstellbar auf der Y-Achse. Das heißt, man kann es nicht an sich ranziehen und noch sportlicher damit fahren, aber in dieser Klasse, in dieser Fahrzeugklasse ist das natürlich auch nicht so wahnsinnig notwendig. Man kommt dann schon ganz gut damit zurecht. Wir haben, oder ich habe jetzt, als ich eingestiegen bin, eine Reichweite von 236 Kilometern hier auf der Uhr gehabt. Die Batterie war voll geladen, aber meine Vorgänger gestern sind natürlich wahrscheinlich auch so ähnlich gefahren, wie ich, natürlich nicht ganz so straff, ganz so sportlich nehme ich mal an. Und deswegen rechnet der Bordcomputer mit dem Verbrauch natürlich von gestern, das haben wir bei konventionell angetriebenen Fahrzeugen ganz genauso. Deswegen stehen dann nicht diese 260 Kilometer drauf, die er ja eigentlich kann, praxisnahe Reichweite, so wie es Volkswagen ja auch nennt, sondern es stehen dann eben diese 236 Kilometer auf der Uhr. Das ist dann wohl eher die realistischere Angabe, weil man ja nicht dauernd immer auf dem Eco Plus Modus hier verweilt. Eco Plus Modus, jetzt auch gleich zur Erklärung, wir haben hier in diesem E-Up 3 Fahrmodi, keinen sportlichen leider, wir haben hier keinen Up GTI, aber wir haben einen normalen Modus, in dem bin ich jetzt gerade, und dann haben wir hier mit dem Schalter noch einen Eco Modus. Und jetzt kommt hier Driving Road Eco, Komfort und Fahrleistung eingeschränkt. Dann wird hier alles runter geregelt, dann wird alles auf Sparsamkeit getrimmt, und wenn man ganz viel Sparsamkeit haben will, dann geht man in den Eco Plus Modus, da ist dann Fahrleistung und Komfort stark eingeschränkt. Das heißt, wir haben keine Lüftung mehr, keine Klimaanlage sowieso nicht mehr, keine Scheibenheizung, die geht auch noch nicht mehr an. Man kann nicht mehr 130 Höchstgeschwindigkeit fahren, so wie im normalen Modus, und man kann nur noch 90 kmh fahren. Man hat hier gesehen, das iPhone hat auch keinen Bock mehr, aber das hat damit nichts zu tun. Doch, das hat damit zu tun, klar, das geht sonst im normalen Modus. Geht es dann sonst wieder an? Nein, geht nicht mehr an, das ist jetzt aus, weil ich die Navigationsfunktion ausgeschaltet habe. Ja, genau. Also, und dann wird hier komplett alles runter geregelt, und man hat natürlich auch nicht mehr die Beschleunigung von 0 auf 100 in 11,9 Sekunden, weil man ja gar nicht mehr auf 100 kommt. Das ist natürlich auch ein bisschen langweilig dann. Das wollen wir jetzt aber auch gar nicht ausprobieren. Wir sind nicht hier, um die Reichweite, ob sie praxisnah ist oder nicht, zu erfahren, weil wir sind hier eh im warmen Spanien, relativ warmen Spanien zumindest, da kann man die Reichweite dann wahrscheinlich schon erreichen, aber mit der Fahrweise, die ich jetzt an den Tag gelegt habe, dann natürlich auch schon ganz lange nicht mehr. Aber dafür haben wir hier ein bisschen Spaß, und genau so möchte ich das auch haben. Ich bin ja nicht hier, um keinen Spaß zu haben. Jetzt habe ich mich ein bisschen verbremst, jetzt regeln die Systeme ein bisschen runter. Ja, die Vorderachse. Wir haben auch hier kein mechanisches Sperrdifferenzial an Bord. Das wäre doch richtig witzig. Ansonsten haben wir hier natürlich im E-Up, ganz genauso wie in den Up-Modellen, die gleiche Bedieneinheiten, das gleiche Instrumentcluster hier vorne, das gleiche Lenkrad, Multifunktionslenkrad. Ein neues Dashpad haben wir hier im neuen E-Up. Das ist ein bisschen cooler gemacht, ein bisschen funkiger. Das ist alles Kunststoff. Allerdings, klar, natürlich, was erwartet man für den Preis? 21.900 Euro Grundpreis. Aber wir haben mit diesem Dashpad hier, haben wir eine Style-Version. Sieht man auch gleich noch von außen. Da haben wir nämlich auch ein weißes Dach und weißer Außenspiegel und eine neue Außenfarbe Costa Azul. Sehen wir gleich noch alles. Genau, ansonsten hier im Interieur haben wir hier eine ganz normale Konfiguration, einen DSG-Wählhebel umfunktioniert. Das habe ich gerade schon erklärt mit den verschiedenen Fahrstufen. Ansonsten haben wir hier ganz normal Up keine wahnsinnigen großen Veränderungen mehr. Die Präzision vom Lenkrad, weil wir ja gerade auch schon fahren, die Präzision vom Lenkrad, die ist gut. Und ich bin immer wieder überrascht über dieses knackige, sofort anstehende Drehmoment. Was einen dann mal kurz in dieser Stadt nach vorne katapultiert. Das ist echt witzig. Optional gibt es hier einen E-Sound. Den hört man auch immer, auch hier drin, den hört man auch von außen. Natürlich haben Fahrzeuge, die zugelassen sind ab Juli, also homologiert werden ab Juli 2019, das war also schon vor ein paar Monaten, müssen serienmäßig einen E-Sound haben, so dass die Fußgänger, wenn man irgendwo fährt, immer gewarnt sind. Das Auto wird als neuer E-Up verkauft, ist natürlich nicht neu. Das Auto gab es ja schon zuvor, der E-Up. Das heißt, wir haben hier quasi neuere Sachen drin, also neue Batterie, mehr Batteriezellendichte von 18, das sind diese 18,6 Kilowattstunden, die wir früher beim E-Up haben. Jetzt haben wir hier 36, irgendwas Kilowattstunden, aber die Bruttokapazität und die Netto-Kapazität, die ist dann nochmal niedriger, da haben wir dann 32, es wurde alles verdichtet. Also haben wir hier schon neue Sachen gemacht, neue Abstimmungen und so, aber es ist immer noch der alte E-Up. Und deswegen haben wir hier einen E-Sound optional und nicht pflichtverpflichtend, da spart sich Volkswagen noch auf, weil die Homologation, die offizielle dieses Fahrzeugs, ja schon deutlich vor 2019 war, war glaube ich Ende 2017 oder so. Deswegen haben wir hier den E-Sound optional, der kostet irgendwas mit 190 Euro, wird ein- und ausgefadet, ab 5 kmh bis 22 kmh ist er an, dann wird er ausgefadet, weil dann die Reifengeräusche einfach zu und die Windgeräusche zu laut werden, dann wird der Sound übertönt und er geht dann wieder an, auch beim Rückwärtsfahren und so weiter, sodass man auch das Auto hier hört. Denn es hat ja sonst keinen eigenen Sound mehr. Wir haben den E-Up mit einer erhöhten Basisausstattung, das schon, er ist ja auch nicht ganz günstig, mit seinem im Style-Paket jetzt 23.000 Euro. Wir haben hier zum Beispiel, sieht man auch, das ist relativ offensichtlich gemacht, die Frontscheibenheizung mit ihren Drähten durch. Muss man sich dran gewöhnen, denn man hat immer so leichte Drähte vorm Auge, aber natürlich, sie hilft im Winter und so, bei vereister Scheibe ist das schon ganz gut. Die kann man aktivieren hier mit dem Schalter hier. Wenn man den aktiviert, dann hört man auch das Relais hier. So laut und so ein wenig eingepackt ist das Relais hier an der Seite, dass man das gleich auch hört, wenn man es anschaltet. Total witzig. Ansonsten haben wir hier auch einen Spur, muss ich ganz genau aufpassen, Spurverlassenswarner, also keinen Warner, der akustisch war, sondern leichte Lenkeingriffe hat. Das ist kein Spurhalteassistent in dem Sinne, wie wir ihn kennen, optional von anderen Modellen, sondern er korrigiert nur leicht beim Verlassen der Spur und lenkt aber dann auch leicht, wie gesagt, mit, aber greift nicht stark ein. Den haben wir hier in diesem Auto serienmäßig. Muss man auch, wenn man gewisse Punkteanzahl im Euro NCAP Crash Test erreichen will. Ansonsten serienmäßig haben wir hier im Style-Paket diese Color & Trim-Sachen hier, das Dashpad und die Sitze. Man sitzt hier auf Stoffsitzen im Rautenmuster. Das ist ganz gut. Die fühlen sich robust an und gleichzeitig auch angenehm. Und wir haben vor allem hier keine abgesetzten Kopfstützen, sondern einen Sitz aus einem Guss. Und das mag ich ja sowieso. Das finde ich ja echt cool. Das ist ähnlich wie beim GTI. Da kann man sich echt wohlfühlen. Ja, ansonsten mit diesem Auto, das ist natürlich das perfekte Stadtauto. Das merkt man auch hier mit 3,60 Meter Länge. Da hat man natürlich nicht viel, was man unterbringen muss beim Einparken. Und auch bei diesen schnellen Wechseln hier von Spuren, gerade hier in Spanien, wo sowieso jeder an sich denkt und jeder sich am nächsten ist quasi und nur die Nummer 1 sein will, ist dieses Auto natürlich perfekt. dann kann man sich schön hier immer überall durchschlängeln und mit dem Drehmoment das sofort anliegt. Und so ist man natürlich auch echt schnell. Die 11,9 Sekunden von 0 auf 100 klingen halt auch langsam, aber in der Stadt fährt man ja keine 100 und das Auto, bis es auf 50 ist, ist es echt flott. Und die 100, die braucht man dann eben, wenn man von Stadt zu Stadt fährt, über Land mal oder auf der Autobahn, wie ich es gerade gefahren bin. Das passt dann schon. Da hat man ein bisschen mehr Zeit und da ist man dann halt nicht mehr ganz so krass flexibel wie in der Stadt. Aber in der Stadt, dafür ist das Auto ja gemacht und dafür ist es echt perfekt für die Routen, für Pendler. Die meisten Pendler fahren ja eh nur 35 Kilometer im Schnitt. Klar, es hilft jetzt ihnen nicht, die 50 Kilometer fahren, aber im Schnitt fahren sie ja 35 Kilometer. Und da kann man dann tatsächlich, wenn man diesen Schnitt, wenn man in diesem Schnitt liegt, pro Woche muss man dann rund einmal laden in der hauseigenen Garage oder auf der Arbeit und dann reicht das ja auch. Dann muss man nicht immer laden und muss nicht immer eine Ladestation, eine Ladesäule suchen und dann passt die Sache ja eigentlich auch, wenn man davon nicht so abhängig ist. Ja, jetzt machen wir auch noch mal einen Ampelstart. Mal sehen, wie stark das hier vorangeht, dieses Auto. So ist Ampelstart und ein bisschen durchdrehende Räder wieder vorne und jetzt haben wir schon die 50 erreicht. Also das war echt kein großes Ding. Das kann man echt für sehr sportlich, als sehr sportlich beschreiben. Echt gut, echt witzig. Man merkt auch das Gewicht nicht. Die Batterie wiegt noch mal zusätzlich 248 Kilogramm. Das ist natürlich ein ganz schöner Batzen. Und was man hier natürlich auch hat, die Energiedichte einer Batterie oder der Energiegehalt, der entspricht natürlich niemals dem eines konventionell angetriebenen Fahrzeugs mit Diesel zum Beispiel. Der Up im Allgemeinen und der E-Up im Besonderen, weil natürlich das Elektrokonzept deutlich besser auf einen Up passt als das konventionelle Konzept mit dem konventionellen Motor mittlerweile, der ist schon richtig, richtig gut. Das passt alles gut zusammen, denn wir haben hier, finde ich, die beste Symbiose aus Reichweite, aus Bauraum, aus Praktikabilität, Alltagstauglichkeit und aus Optik und aus Preis, die momentan möglich ist, finde ich, hier mit diesen 260 Kilometern praxisnahe Reichweite, ich sage 220 Kilometer oder 200 Kilometer auf jeden Fall, dass man das schafft, dann mit diesen 3,60 Meter quilligen Stadtauto mit der Leistung hier von 83 PS und 212 Newtonmeter Drehmoment und so ist man schon echt schnell in der Stadt und das macht zum einen Laune, das macht zum anderen natürlich Zufriedenheit, weil man hier auch nicht so viel zahlen muss beim Laden, noch nicht zumindest, weil die Strompreise, da sind wir gerade bei 30, 31, 32 Cent so im Schnitt in Deutschland, die sind für eine Tankfüllung, wenn man es mal hochrechnet, hier mit der Kapazität von 32,6 Kilowattstunden der Batterie, sind wir so bei 9,50 Euro, 9,60 Euro, die man hier ausgibt für eine Ladung, nur, dass man mal das ins Verhältnis gesetzt hat und das ist noch relativ günstig, im Vergleich zumindest zu einem konventionell angetriebenen Ab, der natürlich dann wieder günstiger ist, im Einstiegspreis deutlich günstiger, aber dafür fährt man hier dann eben rein elektrisch und hat alle Vorteile, die es mit sich bringt, natürlich auch alle Nachteile hier, natürlich ist im Winter dieses Auto, da bin ich gespannt, wie sich das im Winter verhält bei Schnee, Eis, wir haben ja hier trotzdem die Frontscheibenheizung, die Drähte, die hier eingebaut sind, da ist dann auch die Frontscheibe schnell warm und schnell klar, aber wir haben natürlich auch die Nachteile, die ein Elektroauto mit sich bringt, die entsprechenden. Wir haben hier trotzdem ein gutes Paket und für die Stadt, für die Leute, die gerade einfach nur in der Stadt fahren wollen, mal ein bisschen über Land, städteübergreifend, von Dörfer übergreifend fahren wollen, für die ist dieses Auto richtig, richtig gut. Thema Laden, natürlich kann man das Auto auch schnell laden mit 40 Kilowatt Ladeleistung an den Schnellladestationen, dann ist man da von 0 auf 80 Prozent in rund einer Stunde dann auch wieder fertig. Ab 80 Prozent wird ja die Ladeleistung deutlich stärker gedrosselt, als es von 0 bis 80 Prozent der Fall ist, allein um die Batterie zu schonen. Natürlich kann man das Auto auch an der Haushaltsteckdose laden, dann dauert es natürlich mehrere, mehrere Stunden, ganz schön viele Stunden. Das sind dann diese 2,3 Kilowatt Ladeleistung oder man hat auch ein bisschen Starkstrom dann zu Hause, zum Beispiel mit der Ladesäule, die man dann von Elli, von dem Naturstromanbieter, Tochterfirma von Volkswagen, die man dann da anbringen kann in seiner Garage. Dann hat man so ungefähr sieben Stunden, die es braucht, das Auto hier voll zu laden. Aber wenn man das gut integriert in seinen Tagesablauf, wenn man das gut integriert in die Nacht zum Beispiel, dann muss man sich halt ein bisschen umstellen und dann wird das auch funktionieren. Dann ist auch das kein Problem und man muss ja auch nicht mehr vollladen. Das heißt, dieser Anspruch, man muss immer neues und ein voll aufgeladenes Auto haben, den hat man dann bei diesem Auto nicht. Bei dieser Art von Mobilität, da muss man sich dann halt auch ein bisschen umgewöhnen. Wer dazu bereit ist, der hat damit auf jeden Fall Freude. Wer dazu nicht so bereit ist, der hat damit natürlich auch nicht so wahnsinnig viel Freude. Dann, weil das Laden ist dann schon noch ein bisschen ein leidiges Thema. Ja, damit vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn Sie unten auch abonnieren. Und dann freue ich mich. ARD Text im Auftrag von Funk ARD Text im Auftrag von Funk Untertitelung des ZDF, 2020